Aufnahme läuft, jawohl. So, dann eine schöne guten Abend zum Koop-Modus hier im WoW mit unseren Hexen. Die Ivi ist wieder da. Ja, wir haben es geschafft, mal endlich. Endlich mal einen Tag zu spielen. Ich habe letztens noch gesagt, wir können nicht, wegen Umzug, Arbeit. Da habe ich gesagt, im Moment ist viel auf dem Zettel. Deswegen schaffen wir das nicht, so oft zusammen zu spielen. Ja, leider. Sag erst mal Hallo. Hallo. Ja, ich würde sagen, dann, auch wenn wir eigentlich schon fast zu groß für diese Gegend sind, arbeiten wir uns mal hier ab. Ja. Würde ich sagen, machen wir erst die Eulen-Bestien. Okay, die sind rechts. Oder holen wir erst das Teil links, das Einzelne, bevor wir nach rechts gehen. Mir egal. Ja, komm, lass es nach links. Ey, guck mal, da ist ein dicker Bär. Ein dickes Bärchen. Ich habe auch keinen Kursschneid. Ich bin Schneider. Aber es ist trotzdem riesig. Ja, der ist wahnsinnig, gell? So, guck mal mal. Das gefällt mir ja an arg so, ne? Ich habe ja letztens zugeguckt bei der Truppe, wo ich ja am Sonntag zugesehen habe, da kannst du sogar Schildkröten bändigen und reiten und hinterher kannst du diese fliegenden Dinos kannst du auch machen. Nehmen. Okay. Das ist total geil. Ich möchte auch fliegen. Ich möchte einen fliegenden Dino. Oh, wir sind nicht in einer Gruppe, Madame. Oh, dann. What? Ja, ich kann mich ja auch schlecht in eine Gruppe einladen. Nein. Ja. Ich wollte mich jetzt in die Gruppe einladen. Oh Gott, bin ich ein Honk. Ja, also brauche ich jetzt einen mehr. Da hinten links ist noch ein Kraut. Ja, ja. Ich sehe hier gerade drei. Ich möchte ein Pferdchen. Kann ich hier drauf? Nein. Ich will nicht. Ich darf nur tote Tiere reiten, wa? Schaust du aus. Guck mal, hier links ist auch noch eine Eulenbestie. Ja. Ich habe auch gerade eine. Das ist okay. Betten, deine ist wieder meine und meine ist deine oder so. Keine Ahnung. Wie immer mit? Nein, meine ist meine. Geil, ne? Meine ist meine. Und ich glaube, der Eingang zu dem Schuppen hier ist auf der anderen Seite. Burg Turnholt. Ja, vorne an der Straße. Müssen wir da rein? Ja. Pferdchen. 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 Oh mein schönes Teufelsrost hier. Hey, ein Kraut. Ja, du nimmst das Kraut, ich nehme die Eule. Ist okay. Das ist doch fairer Deal, wa? Die Arbeit würde das vergnügen. So ähnliche. Zack. Das war auch glaube ich meine, ne? Das war deine, ja. Ja, da ist gleich die nächste. Die dicke Eule da. Das ist auch irgendwo nochmal ein Kraut, aber ich habe jetzt keine Lust zu suchen. Die springen dir doch förmlich ins Gesicht. Was, die Kräuter? Ja. Mit einem Lauf. Wir müssen ja eh gleich nochmal rüber. Du, das ist ja egal. Erste sind hier weniger vertreten. Ja, ich glaube, da haben wir dann oben mehr Glück, wenn wir dann, äh, da Strahlenbad und so sind. Falls wir da dann hinkommen überhaupt. Ich sehe da was Großes, Elitisches. Ja, das ist da, da dürfen wir drauf. Ich, ich, und, ja. Ne, der, der, der hat sie. Da müssen wir auch drauf. Da müssen wir auch drauf. Echt? Also, unser ist da rechts drin. Ja, also dann gucken wir mal auf der rechts. Ah ja, unser ist das Unsichtbare. Danach dürfen wir ganz bestimmt auf den anderen Ort. Weil der andere wird nämlich nicht als Quest markiert. Also, ist schon als Quest markiert, aber nicht für uns. Nicht für uns. Also, ich bin da. Ja, ich auch. Huch. Hallo. Ah, Kind. Was? Ich habe hier wieder die Cast rausgesucht, die am längsten dauern. Bisschen heilen, das war nicht schlecht. Ich habe Agro. Ah, jetzt will er aber, jetzt sagt er uns wahrscheinlich, nehmen wir den nächsten. Oder? Garantiert. Ja, natürlich. Wir sind zu dritt, wir sind vier, reicht doch, ne? Ja. Wir sind zu viert, aber wir sollten vielleicht vorher was essen. Mal gucken, habe ich was? Du, ja. Ich nicht. Ich habe den Heiltrank, falls du einen magst. Äh, habe ich auch nicht. Ich warte eben, bis das von alleine gereckt ist. So. Ja, dann. Auf ihn. Ja. Auf ihn. Zack, zack. Kann ich noch nicht wirklich wirken. Wir müssen sich jetzt auch noch bewegen. Bäh. Können unsere Minis nicht eigentlich unterbrechen? Warum tun die das nicht? Keine Ahnung. So, Quest beenden. Jawohl. Wahrscheinlich, weil sie das nicht eingestellt haben. Zack. Zack. Ah. So, und den nächsten. Ich glaube, das steht da unten. Blutgift. Töte Blutgift. Ja, wir haben noch zwei vor uns. Ach, da unten steht er. Ne, da hopfen wir es nicht runter. Wir laufen brav außen rum. Ja, wir laufen. Ja, sonst haben wir nämlich nachher schon wieder kein Leben mehr. Wo war denn hier der Abgang? Der war doch auch irgendwo... Äh, vorne auf der anderen Seite. Hier hinten gibt es doch gar keinen. Da müssen wir aber erst an dem anderen Dicken vorbei. Und wir sind jetzt ja erst zuerst hier. Komm, geh mal hinten auf, über den Baumsturm runter, oder? Ja. Würde ich auch so sagen. Das geht. Komm, weigere dich nicht hier runter zu... Dings noch. So. So, Leben voll. Ja. Jawohl, dann aufi. Das ist jetzt Feuer, ne? Ne, Erde. Oder? Blut. Gut, Gift. Ja, der hatten wir ja gerade. Du hast gerade abgebaut. Wasser. Das ist der Wasser. Oh, er hat geprockt hier. Ich kann... Ja, das ist der Wasser. Der Feuerprock hier. Heil mich. Heil mich. Oh, ich bin gleich doof. Uh, Elementarwasser. So. Sekunde. Ja, ja. Wir können ja schon mal Richtung laufen. Sollen wir parallel noch mal einen Dungeon anmelden, junge Frau? Oder heute nicht? Ne, heute nicht. Heute habe ich keine Lust. Ich kann mir mal erklären, warum hier mitten im Weg ein Amboss und eine Schmiede steht. Der hat wahrscheinlich irgendjemand vergessen hier. Ne, ne. Das ist eine Logik hier. Oh, mein Leben ist noch nicht voll. Mein Leben ist noch nicht voll. Sie hat gepullt. Nö, der hat mich gepullt. Der hat dich gepullt. Oh, das ist Feuer. Pass auf, du brennst. Du stehst im Feuer. Schön den Strahl drauf. Ich bin verwirrt. Als bin ich irgendwie fast immer. Also, ne. Jetzt bombe ich hier rum. Das ist natürlich total kontraproduktiv, wenn ich... Obwohl, wenn er zu mir kommt, dann bau ich ihn an. Ich habe da noch ein bisschen vor meiner Verwandlung. Okay, aha. Das war ja jetzt der Burner. Lauf, lauf, kleines Mädchen, lauf. Ja, ich bin verwirrt. Ich sterbe gleich. Scheiße. Ja, ich... Hey, hat aber noch gepasst. Kannst du mal Massenretts raushauen? Äh, haben wir das überhaupt ohne Gilder? Nein. Aber ich kann dir was... Halt, halt! Wo willst du hin? Ich habe doch ein SS. Ja, den? Der ist jetzt zu spät. Ich kann dir doch ein SS geben, junge Frau. Achso. Oh, oh, oh. Wir haben noch einen. Ah, Gott sei Dank. Nein, ich habe die Quest noch. Ich habe schon gedacht, weil ich da aus Versehen draufgeklickt habe, dass jetzt die Quest weg wäre. Jetzt kommt der letzte. Ja, Moment. Der D1000. Hä, okay. So, wo ist denn hier der Eingang, bitte? Ah, da vorne. Du bist ja eh geil. Du kannst dich ja eh überall runterstürzen. Ja, wenn ich aber den Eingang nicht finde und unten bin, dann muss ich irgendwie an der Straße lang oder so. Das stimmt. Wow, ich habe schon wieder gepullt. Nein. Ja, geht's nicht. Nein. Ach, ist der Respawn so schnell oder was? Ach, du Scheiße. So, mein Anhänger ist gerade, äh, scheiße. Ich will nicht sterben. Ich will nicht. Ah, ich bin aus dem Kampf. Jetzt kannst du schnell aufstehen und laufen. Ja, 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 ich laufe schon, ich laufe schon die Treppe hoch. Ja, ja, gut. Scheiße. So, jetzt. Klick mal abzuschließen. Wo haben wir ihn denn? Hundi, nein, oder? So. Das sind keine Hummer, die Idee. Selbstheil können sich nicht tun. Ich hole jetzt den Sack. Ja, ist glaube ich keine schlechte Idee. Äh, toll, jetzt ist der Typ wieder unten. Also komm, Treppe runter. Welcher Typ? Naja, unser nächster Dinger ist doch hier unten. Der, ja, aber. Ja. Ich hätte jetzt erstmal in Ruhe meinen Ad geholt und so. Ja, ja, das mache ich jetzt hier unten. Der steht nämlich in Ruhe. Der bewegt sich nicht. Was wollt ihr von mir? So. Reck mal eben deinen Mana. Du hast ja hier dieses schönen Analas. Dein Leben reckt schneller wie dein Mana. Wo habe ich denn? Ah. Ja, Leben reckt ja ziemlich schnell eigentlich. Warte mal ganz kurz. Ja. Ja. Ja, tja, tja. Ja. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Muss ich mal eben Gute Nacht sagen. Ich muss kurz Gute Nacht sagen. Ah. So, ich bin wieder da. Multitasking. Ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. Wenn ich Multitasking wie ich wäre, dann hätten wir hier gekämpft, während ich geschrieben habe. So. Mindestens. Mindestens. So, drei, zwei, eins. Lernwandler drauf zuerst. Ja. Angriff. Oh, der steht ja direkt bei mir. Da kann ich ja mal ein bisschen... Oh. Da wird ja ein... ein Riesen-Yeti hier. Ey, schick will ich Hamas Haustür. Ah, hier eine Fledermor. Ne, ein Gargoyle. Was bist denn du für ein Kriege? Oh, mein Sack ist gleich tot. Der anhört. Du hast keinen von dem, der das gerade gar nicht gesagt hat. Ah, der lebt noch. Nicht mehr lange. Jetzt ist er. Ja, wer die Akku hat, muss halt für die Schmerzen. Für die Schmerzen. Das Gute ist, wenn ich umkippe, habe ich jetzt ein SS drauf. Ja. So. Was nehmen wir denn? Den Ring mit Beweglichkeit Ausdauer? Den Hammer? Oder dass die Axt zieht? Natürlich den Ring mit Beweglichkeit. Beweglichkeit. Ja, natürlich. Ne, ich nehme den Streitkolben, der bringt am meisten Kommen. So, hier stehen zwar auch noch Eulien, Bestien, aber die sind, glaube ich, alle eher das Rümen. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen, wenn wir hochkrabbeln. Moment. Schnee, 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 Schnee. Bereit zur Abgabe, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erst runter. Zu 8, hinter den Turm aus Wach. Weil da unten ist ja auch der Friedhof, glaube ich. Ja, da hinten ist irgendwo der Friedhof. Ja, nur nicht zu weit wegen, äh, ja, wo ist er denn da? Weil, äh, nee, falsch schon, irgendwie, da. Mehr lang, oder? Ja. Weil, äh, das nächste, ganz äußere Ausrufezeichen ist ja schon das nächste Gebiet. So weit wollen wir ja nicht. Nein, da wollen wir noch nicht hin. Hm. Schauen wir mal. Ein paar. Ah, eine Eule. Hallöchen, meine Liebe. Und drauf. Ich glaube, wir gehen hier einmal bis zur Mauer runter und, äh, andere Seite dann, äh, wieder hoch. Vielleicht ist er dann auf der Friedhof, glaube ich. Hm. Ich komm grad. Ja, ja. Ich hör's. Ich hab' ne Eulenbäste getötet und ich weiß noch nichts davon. Ich war nicht dabei, aber ich hab's getan. Ja. Oh, ich soll vielleicht mal eins meiner Ads wieder rausholen. Wäre vielleicht ab und zu mal gar nicht mal so schuld. Das sind Humanoide. Ich hol' meine, meine Subkubus. Wo ist er? Da. Komm, Lady. Komm raus. Warschen. Oh. Hm? Das dauert, das Beschwören dauert mir eindeutig zu lange. Ich möchte wie beim Jäger einmal draufdrücken, da. Dann hätten wir Jäger spielen müssen. Ja, ich weiß. So, du holst dir das Kraut, ich dir Eule. Okay, und dann ist geradeaus noch eine und rechts noch eine. Und dann brauchen wir noch eine für dich extra. Ja, ich würd' sagen, wir laufen jetzt gleich zur Mauer. Wir gehen jetzt gleich sowieso nach drüben. Gar nicht erst zur Mauer, weil wir müssen sowieso rüber. Ja. Ah, guck mal, hinter uns am Weg ist auch noch eine. Ja, das ist noch jede Menge. Ja, dann hätten wir's halt gleich fertig. Ich wollt' das nur halt schon mal mit dem Weg dahin verbinden. Juhu. 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 Kettearmschienen. Oh ja, totales Need. Ich hab' kleines ID, behalte ich auch für Weihnachten, verkaufst du dann für ein Schweinegeld im Aha oder so. Ich hab' auch zwei. Hm? Ja, zwei Stück. Ja. Huch, da gibt's einen Aufgang, das hab' ich noch gar nicht gesehen. Ja, die sind doch. Touradienst, weil das hatte ich noch gar nie gesehen, dass man da auch hoch kann. Ist ja alles jetzt auch umgebaut. Ja, ich denk mal, früher gab's das ja auch nicht wirklich, oder? So, ich steig jetzt mal auf Pferd. Ja, ich bin kurz oben auf dem Wald gucken. Hier ist Kraut. Ey, cool, da kann man, da kann man weiterlaufen, das ist ja auch mal cool. Ja, ich bin kurz oben auf dem Wald gucken.